Und jetzt müssen wir überlegen. Mein Gott, das sind so viele Leute hier. Tja, da brauchen wir noch eine ordentliche große Armee. Leider können wir ja nur Bogenschützen und solche Lanzenträger hier holen. Nur die einfachsten Soldaten, nur die einfachsten Einheiten, das ist ein bisschen ärgerlich. Wie sieht das denn mit den Waffen aus? Komm, wir haben sowieso so viele freie Bauern. Jetzt gehen wir aufs Ganze. Waffen benötigt Shire. Waffen benötigt Shire. Waffen benötigt Shire.